Hi, ich bin Iven von Evergreen. Das Klimapaket der Großen Koalition ist in aller Munde und damit ihr wisst, was das für euer Portemonnaie bedeutet, haben wir uns die wichtigsten Punkte einmal angesehen. Um die Klimakatastrophe abzuwenden, hat sich die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket einfallen lassen. Fangen wir an mit der CO2-Bepreisung. Warum ist das so wichtig? CO2 ist ein Treibhausgas und es verstärkt die Erderwärmung. Damit wären viele Regionen auf der Erde einfach nicht mehr bewohnbar. Wie möchte die Bundesregierung den Ausstoß von CO2 reduzieren? Nun, indem sie diesen Ausstoß die Emission von CO2 bepreist. Los geht's mit 10 Euro pro Tonne CO2 und bis zum Jahr 2025 soll dieser Preis pro Tonne auf 35 Euro ansteigen. Zum Vergleich, in der Schweiz wird die Emission von CO2 auch heute schon bepreist. Dort kostet eine Tonne CO2-Emissionen 90 Euro. Was bedeutet das für euch? Alles, was mit fossilen Brennstoffen zu tun hat, wird teurer. Das heißt, ihr heizt mit Heizöl oder Gas, wird teurer. Ihr fahrt ein Auto mit Verbrennungsmotor, wird teurer. Wie viel ist das nun konkret? 10 Euro pro Tonne CO2-Emissionen bedeutet am Ende 3 Cent höherer Spritpreis pro Liter. 35 Euro pro Tonne CO2 bedeutet am Ende 10 Cent pro Liter mehr für Benzin und Diesel. Wenn man die 3 Cent pro Liter Kraftstoff ab 2021 und die 10 Cent pro Liter Kraftstoff ab 2025 mal vergleicht mit den üblichen Schwankungen der Benzinpreise, die wir heute schon haben, insbesondere vor der Urlaubssaison oder am Wochenende, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich ins Gewicht fällt. Für die Pendler unter euch keine Panik, über eine höhere Pendlerpauschale bekommt ihr einen Großteil der höheren Spritkosten wieder zurück. Das Gute dabei ist, auch diejenigen von euch, die per öffentlichen Nahverkehr zur Arbeit pendeln, profitieren auch von der höheren Pendlerpauschale. Diese steigt von 30 auf 35 Cent pro Kilometer ab dem 21. Kilometer und ist zunächst befristet bis 2026. Nächster Punkt, Bahnfahren wird billiger. Und zwar soll die Mehrwertsteuer auf Bahntickets reduziert werden von 19% auf 7%. Dazu ein Beispiel. Die Bahnfahrt von Frankfurt nach Berlin kostet heute 138,50 Euro zum regulären Preis. Darin sind 22 Euro Mehrwertsteuer enthalten. Wird nun der Mehrwertsteuersatz auf das Bahnticket von 19 auf 7% reduziert, dann ist das Ticket 14 Euro billiger. Damit kostet das One-Way-Ticket von Frankfurt nach Berlin nur noch 124,50 Euro, ist aber im Vergleich zu manchem billigen Inlandsflug immer noch relativ teuer. Stichwort billige Inlandsflüge. Fliegen gehört zu den klimaschädlichsten Fortbewegungsarten und deshalb soll die Luftverkehrssteuer ab 2020 angehoben werden. Mit dem Geld soll dann die Steuersenkung bei der Bahn gegenfinanziert werden. Kommen wir zu Elektroautos. Das klimafreundlichste Auto ist gar kein Auto. Richtig. Trotzdem sollen bis 2030 10 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen fahren. Damit es dazu kommt, sollen mehr Anreize zum Kauf eines Elektroautos geschaffen werden. Bisher gibt es die Elektroprämie für rein elektrisch angetriebene PKWs. Diese beträgt 4.000 Euro. Für Autos bis 40.000 Euro Anschaffungspreis soll diese Elektroprämie noch einmal angehoben werden. Das wird dazu führen, dass Elektroautos teilweise deutlich billiger in der Anschaffung werden könnten als ihre Verbrennerkollegen. Nimmt man jetzt noch die Spritersparnis, die zehnjährige Kfz-Steuerbefreiung und die niedrigeren Unterhaltskosten hinzu, dann sind sie deutlich günstiger im Alltagsgebrauch als die Verbrenner. Wer renovieren möchte und seine alte Ölheizung loswerden will, den Bezuschuss der Staat mit 40 Prozent der Anschaffungskosten für eine neue klimafreundlichere Heizung, wie beispielsweise eine Wärmepumpe. Das kann sich dann schon deutlich bemerkbar machen im Geldbeutel. Ab 2026 soll der neue Einbau von Ölheizung sogar ganz verboten werden. Was vermutlich die meisten von uns betrifft, das ist der Strompreis. Der soll nämlich sinken. Das, was durch die CO2-Bepreisung reinkommt, soll teilweise dafür genutzt werden, um die Ökostromumlage zu senken. Ab 2021 spart ihr dann 0,25 Cent pro Kilowattstunde und ab 2023 spart ihr dann 0,625 Cent pro Kilowattstunde. Für einen vierköpfigen Haushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 4.000 Kilowattstunden pro Jahr bedeutet das eine Ersparnis von 10 Euro ab 2021 und ungefähr 25 Euro ab 2023. Die gute Nachricht zum Klimapaket der Großen Koalition. So richtig merken werdet ihr die Veränderungen in eurem Portemonnaie wahrscheinlich nicht. Die schlechte Nachricht, ob man mit 3 Cent höherem Spritpreis und moderat gestiegenen Flugticketpreisen tatsächlich das Klima retten kann, darf bezweifelt werden. Was denkt ihr zum Klimapaket? Lasst uns euren Kommentar da, abonniert unseren Kanal. Bis bald und viele Grüße aus Leipzig.